Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Noval Anna Lowe, 31, sorgt für Klarheit in Sachen Beziehungsstatus. Die erfolgreiche Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Jari heißt, geht schon seit über sechs Jahren mit ihrem Ehemann DJ Gizzy durchs Leben. Die beiden dürften sogar eine gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Zuletzt haben sich allerdings Hinweise gehäuft, dass die Liebe der beiden in die Brüche gegangen ist. Es kursiert zudem ein Video, das darauf hindeutet, dass der DJ mit einer anderen Frau geknutscht hat. Jetzt bestätigte die Beauty die Trennungsgerüchte, bei Farina und ihrem Mann ist alles aus und vorbei. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Farina jetzt ein langes Statement, mit dem sie das Ende ihrer Ehe verkündet. Ich habe mich. Willkommen bei WTN Germany. Wenn Sie mehr Informationen über die Europäische und die deutsche Ehe veröffentlicht haben, dann schreibt uns auf die Kanal und schreibt uns auf die Beine und die Beine. Und dann schreibt uns auf die Video und schreibt uns auf die Freunde und Familie. Vielen Dank für die Video. Vielen Dank. Vielen Dank.